Der geplante Rentenabbau ist inakzeptabel. Eine von vier Frauen hat nur die AHV. Jede neunte Frau muss direkt, wenn sie 65 oder 64 wird, Ergänzungsleistungen beziehen. Und jede zweite Frau hat weniger als 3000 Franken zu leben im Alter, zweite Säule inklusive. Und liebe Anwesende, das sind nicht Zahlen in einer Statistik. Das ist das Leben unserer Mütter, unserer Schwester, unserer Nachbarinnen, unserer Tanten, unserer Freundinnen. Und wir sind nicht bereit, dass all diese Frauen einmal mehr den Respekt verwehrt wird, für den sie ihr Leben lang gekämpft haben.